So Leute, hier mal wieder ein kleines Infovideo mit Shop, Infos etc pp. Erstmal danke jetzt an alle, die auf Twitch immer mit mir unterwegs sind. Grüße gehen da raus auch an die, die schon gesuppt haben. Luca hat ein Sub geschenkt bekommen. Monkey war der Gönner, also Grüße gehen auch an der Stelle raus. Zuschauerrekord wurde auch schon wieder geknackt. Die 100 Follower haben jetzt fast erreicht. Also es wäre schön, wenn der ein oder andere noch rüberkommen würde zu Twitch. Einfach gucken, in der Videobeschreibung ist der Kanal verlinkt. Also ganz entspannt, einfach vorbeikommen. Wir machen alles mögliche, sei es Duschgames, Custom Games, zwischendurch mal. Das Problem ist natürlich auf YouTube mehr Zuschauer. Dadurch mehr Teilnehmer, was die Custom Games betrifft. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch noch so ganz im Griff. Ich würde sagen, gehen wir erstmal auf den Timer ein. Genau, bei Agency nächste Woche Samstag, kurz nach 8 Uhr, wird da anscheinend das Event losgehen. Ich denke mal, dafür ist der Timer da, weil für was soll der sonst da sein? Und dann werden wir erstmal gucken, was uns da schön ist erwartet. Dann gehen wir auch direkt mal rein in den Shop. Und was sehen wir? Genau, Fischstäbchen ist wieder da. Dann haben wir ein neues Erntewerkzeug. Sind aber im Prinzip genauso wie beim Eisbär. Die Fische, nur halt jetzt nicht gefroren, jetzt sind sie halt aufgetaut. Dann haben wir Zero mit drin. Die Stiefelzange, Stiefelzange, ja. Stiefelstange. Dann die Korallen sind wieder da. Ihr wisst ja, die singen beim Gleiten. Guck mal, machen wir gar nicht. Ah doch, ganz leise. Dann haben wir einen Nullpunkt mit drin. Natürlich auch den passenden Skin dazu. Nein, ich habe mir einen Skin jetzt nicht gekauft. Den hatte ich schon vorher. Gerade da, wo ich mit Fortnite quasi angefangen habe und YouTube. Dann haben wir die Einsatzleiterin mit drin. Überlebenskünstlerin, Taktik-Offizierin. Dann durch die Decke. Dann aufgeregt. Mit dem Skin sieht es nice aus. Dann langsames Klatschen. Ist für mich ein Emote, was ich einfach haben muss, wenn irgendeiner von euch wieder was ganz Tolles macht. Dann haben wir natürlich das Weiteren immer noch das Ninja-Paket drin. Das, was ja angeblich nie wiederkommen wird. Soviel zu dem Thema. Und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code eingehen. Yt-Family-Hack annehmen. Zack. Was Rette die Welt betrifft heute? Leider keine V-Bucks Mission. Und damit würde ich sagen, wenn das Video online geht, bin ich gleichzeitig schon live auf Twitch. Also gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Gerne Follow da lassen. Wenn ihr wollt, sogar einen Sub. Der ein oder andere Bit. Herr Hans, Grüße gehen raus. Die neuen Sounds sind jetzt auch schon da. Also würde ich sagen, in dem Sinne. Bis gleich.